Sollte mir das jetzt helfen? Gründigkeitspunkt. Und ein Käfer. Zuck. Nein, das machen wir gerade. Nein, mit dir will ich nicht reden. Visa, liebe Freiheit, schenke ich dir, mir. Okay. Nein, zurück. Kugel aus Wand, Dokumente und Fotos. Material von Kugel. Schauplätze. Na, dann fahren wir ins Kamino. Flasch findet man ja hier was. Das ist ein Kugel. Das ist ein Kugel. Das ist ein Kugel. Das ist nicht wirklich ein Kugel. Das ist nicht wirklich ein Kugel. Und die Kassier sind sehr füßig, um zu versuchen, die Suchen ohne Warrant zu geben. Also, für heute ist es Zeit mit der Vorwärmung. Mit unserem Hauptsächtigen. Entschuldigung, bist du Shane? Das stimmt. Du bist nicht Kathrin Willows, mit der Krimelab? Das stimmt. Mein Partner und ich brauchen ein paar Momente von deinem Zeitpunkt. Geht ihr, wenn wir mit einer Frage oder zwei anfangen? Nein? Hat er jetzt Nein gesagt? Na dann, reden wir mal. Wie ist ihre Beziehung zu Conny Ross? Mann! Haben Sie sie zuletzt gesehen? Äh, um ca. 8.45 Uhr in der Apartment, um zu arbeiten zu gehen? Ich mag das Geräusche nicht. Ist Conny alles gut? Was ist falsch, Frau Willows? Shane, Conny ist in kritischen Kondition als Skyler Progressive. Multiple Stabwohnungen. Ich muss sie sehen. Ich muss sie jetzt sehen. Du solltest mir sofort gesagt haben. Jemand sollte sie kalt. Du musst mich entschuldigen. Wir geben dir einen Lauf. Die Krankenhäuser sind unser nächstes Stopp. Ich muss sie sehen. Ich wusste es nicht. Großes Kino. 2045. Moment mal. Tatortiakon. Nee. Das wollte ich nicht. Warten das jetzt hier. Beweise. Telefon. Details. Eve. Na komm. Reden wir nochmal. Geht's Ihnen gut, Mr. Michaels? Horrible. Terrible. Sie ist die größte Mädchen. Wer könnte das witzige Ding haben? Wir arbeiten an herausfinden. Du kannst dir helfen, mit ein paar Fragen zu stellen. Natürlich. Alles. Waren Sie letzte Nacht zu Hause? Ja. Wie gesagt. Ich ging zum Casino um 8.45 Uhr. Und bevor das war ich nach Hause. Ich schlafe die meisten des Tages. Du kennst alles über die Arbeitszeit. Hatten Sie denn einen Streit? Haben wir? Ja. Ich denke wir haben. Ähm. Connie hat mich nachher seitdem wir erst zusammengezogen haben. Um, ähm. Die Knochen. Nicht genau hart in dieser Stadt. Oder? Aber ich wollte uns finanziell zu sein. Bevor wir das machen. Wir haben genug für unser eigenes Haus. Und ein reales Verhältnis. Also wussten Sie, dass sie schwerer ist. Natürlich war ich. Und das ist eine andere Knochen. Hier ist sie, Preggers. Und ich sage, warte, bis wir bereit sind. Aber Sie müssen verstehen. Ich arbeite um Geld. Stattlich entzündet. Und dann komme ich nach einem ratten kleinen Apartment. Ich versuche besser. Connie versuche besser. Wir versuche besser. Verstehe. Kennen Sie jemanden, da Connie so etwas antun würde? Es muss eine gewisse Sache sein. Einen Drogge, der in die Schuße, um Geld zu suchen. Denn Connie ist ein Freund. Mit Freunden kommt einfach zu ihr. Das ist, warum sie so gut an ihrem Job ist. Kennt Connie eine gewisse Eve? Eve? Nein. Nein, das klinge nicht. Ich kenne alle ihr Freundinnen, ich denke. Und es gibt keine Eve. Natürlich besitzt sie viele Leute, die bei Arbeit. Also... Besitzt einer von ihnen eine Schusswaffe? Kugel? Hell nein. Das ist nicht unser Stil. Nicht meine. Und sicherlich nicht Connie. Wir haben eine Kugel in ihrer Wand gefunden. War sie schon vorher da? Eine Kugel in der Schuhe? Mein Gott. Was hat in unserem Ort eigentlich passiert? Wenn es eine Kugel in der Schuhe gab, dann habe ich es nie gesehen. War es von einem anderen Tenant schildert? Telefon. Wahrscheinlich Sarah wieder. Hey. Kennst du die Eve auf dem Telefon? Diese Eve ist keine Frau. Schorthand für Everett. Als in Everett Brower, der Texas-Energy-King? Als in Multimillionär Everett Brower? Und guckst du, wer ist einer der hohen Roller in der Stadt? Seidle. Neuer Schauplatz? Nein, wir reden das mal. Kennt Connie einen gewissen Everett Brower? Nun, natürlich macht er sie. Er ist ein regularer Gast. Wie ist sein Name gekommen? Warum sollte er sie denn anrufen? Äh... Ich... Ich kann nicht denken. Das klingt mich als wunderschön. Er hat immer sehr gefühlt von Connie. Und etwas, ähm... flirtatisch. Wirklich harmlos. Aber er hat letztendlich verhörtert, so viel Aufmerksamkeit zu ihr. Aus... Entschuldigung. Aus Respekt. Ihnen gegenüber? Ähm... Nein. Aus Respekt zu ihrer neuen Frau. Nicole. Sie hat sie nicht geprägt, ihren Mann zu einer attraktiven Wunderschönen zu bezahlen. Und... Wer kann sie verraten? Kein Problem. Alles, was es braucht, um diese Verbrechen zu bekommen. Super. Danke. Hier kommen wir noch nicht. Und hier dürfen wir immer noch nicht. Gut, dann erst mal... App ins Labor. Hey Leute. Ich habe einen vollen Hintergrundcheck auf der VEG. Interessiert? Ja, sicher. Sie lebt in Vegas die ganze Zeit. Sie ist seit ein paar Jahren eine Cocktail-Wunderschöne. Top in ihrer Linie. Premium-Schiffen. High-Roller-Venue. Sie öffnet Türen auf all kinds of Suspects. Any criminal record? One shoplifting offense when she was 16, but ever since she's been clean. Made a mistake early on. Straightened out, it seems. No surprise. One felony in the casino can't hire you. Thanks, Sarah. Super. So, jetzt kommen wir aber hier mal. Vergleich... Ah... Fluttropfen aus dem Apartment. W... W... ...vom Master. Oh! So, es war Shane, der uns den Trailer Blut left. Na sowas blödes auch. So, dann muss man den Rest ja gar nicht vergleichen. Hallo... Ja... Du's vom Telefon... So, das ist dann nichts solches.. So, haben wir jetzt hier noch was, äh, vergleichen, ne, hier hat man nichts, alles klar, gehen wir jetzt mal zu, so, Luxus Suite im Casino, zu Everett Brauer, mal gucken, ob der auch so kooperativ ist. Ding, 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 ding... Hm, nett, sieht aus wie in meinem Wohnzimmer, hehehe. Mr. Brauer? Catherine Willows, mit dem Las Vegas Crime Lab. Vielen Dank. Danke für uns zu sehen. Meine Freundin und ich haben ein paar Fragen für Sie. Ich bin immer bereit für Linn-Support für die Verpflichtung. Wenn Sie mich fragen, dann fragen Sie einen Sheriff über meine Beitrag zu seiner Kampagne. Das ist meine liebige Frau, Nicole. Aber Sie haben wahrscheinlich gesehen auf der Telefonie und in den Tabloiden. Alles klar. Jetzt, wie kann ich mit Hilfe sein? Ich würde gerne wissen, was das Pflaster ist, meine Gute. Aber das bekomme ich noch raus. Kennen Sie eine Conny Ross? Laut Connys Telefonliste haben Sie sie gestern Nacht angerufen. Ja, ja. Sie haben sie gesagt? Sie haben wahrscheinlich Shane gebeten. Meine liebige Frau wissen, dass wenn sie sich um die Verlust wie Connys Rath mitzüren würde, dann würde ich ihn in der Nacht schlafen. Schmerz, bitte. Sie ist ein kleines Kindes. Sie müssen sie entschuldigen. Glücklich für Sie, Nicole, dass Connys nicht zu schlafen war. Aber sie wurde verletzt. Verletzt? Hör, das war B.S. vorhin. Ich liebe die Frau nicht, aber ich würde niemals schlafen. Ja, ja. Schnell einen Rückzug machen. So, nochmal wegen diesem Telefonanruf. Entschuldigung, ich bin mehr als bereit, zu kooperieren. Aber ich muss fragen, warum hast du hier gekommen? Sind Sie mich ein Suspekt? Weil, wenn das so ist, würde ich wirklich, die legale Repräsentation zu sein. Ist es normal, dass Sie mit Casino Angestellten... Ach, nochmal. Entschuldigung. Ist es normal, sich mit Casino Angestellten zu verbrüdern? Was war so dringend, dass Sie vor seiner Schicht anrufen mussten? Was dagegen, wenn wir uns umsehen? Nun, ich bin sicher, dass Sie mich ein Hypokritisch betrachten. Aber meine Kooperation hat ihre Grenzen. Ich glaube sehr in die Privatsphäre des individuellen Bürger. Und wenn Sie meine Prämisse suchen wollen, dann brauchen Sie einen Grund, der nicht nur mich zu überzeugen, sondern einen Juden. Hm, vielen Dank. Jetzt mal zu dir. Was da mit Ihrer Hand passiert? Nur ein kleines Kuss aus einem Glas, das ich verbrach. Ich habe etwas Medizin genommen. Ich bin schuldig von mir. Aber ehrlich gesagt, für all die Geld, die wir hier an diesem Ort spenden, könntest du denken, dass sie decentes Glasware geben. Ne, ist klar. Kennen Sie Conny auch? Hör, wenn ich ihr eine Scheiße klingelte, habe ich einfach gesprochen. Als wir erst hier, nach unserem Weihnachten kamen, habe ich sehr glücklich von der Aufmerksamkeit von Conny. Ich meine... Er wusste sie, bevor er mich wusste. Seitdem ich meine Überraschung kennengelernt habe, hat Everett einen Punkt, um nicht mit ihr zu flirten. Und Conny war gut. Sehr freundlich, aber einfach mit meinem Mann. Sie und ich sind... Was ist das Wort? ...kordial. Was hat mit ihr überhaupt passiert? Ist sie okay? Na ja, ich würde sagen, ihr Zustand ist kritisch, meine Gute. Ich wünsche sie sicher nicht nicht. Und ich hoffe wirklich, dass ihr die Person verantwortlich findet. Ich werde sicher, dass Everett Blöcke sendet. Wie gut kennen Sie Shane. Wie gut kennen Sie Shane. Er ist sehr attentiv zu Everetts' Nehmen und meiner. Was ihr von ihm fragt, er macht es mit einem Schrei. Können wir eine DNS-Probe von ihnen haben, um sie als Verdächtige auszuschließen? Sie wissen, ich würde mich persönlich nicht interessieren, aber mein Mann hat eine Sache über Privacy. Er hat es, dass ich immer in den Medien bin. Anyway, keine DNA ohne eine Warrant. Sorry. Alles klar, meine Gute. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Heid so much brass. Können Sie Überwachungsbilder von einem Verdächtigen aus dem Casino anformen? Kann ich einen Gerichtsbeschuss bekommen? Von Shane Michaels? Genau.